Nur wenige Flugstunden von Europa in Südasien liegt die einstige portugiesische Kolonie Goa. Seit 1961 gehört sie wieder zum Mutterland Indien. Das Fort Aguada an der Küste ist heute ein Hotelressort. Während im Inneren der alten Festung noch die Katakomben aus der Kolonialzeit zu besichtigen sind, hat sich oben eine moderne Ferienlandschaft entwickelt. In kleinen Bungalows auf dem Areal untergebracht, ist den Urlaubern erholsame Ruhe garantiert. Mitten in der parkartigen Umgebung liegt die großzügige Lobby des Hotels. Rundherum die gut ausgestatteten Cottages, die meist mit mehreren Räumen viel Platz bieten. Die Poolanlage garantiert mehr Blick. Und zum Strand, einem der schönsten an Goas Küste, ist es nur einige Treppenstufen hinab. Neben dem Restaurant mit internationaler und einheimischer Küche liegt die Bar, wo bis spät am Abend exotische Drinks serviert werden. Peperoni in einem Drink? Der Barkeeper verrät uns seine eigene Kreation. Ich gebe Zitronenmelisse aus unserem Garten dazu. Die zerkleinere ich grob und fülle dann mit etwas Wodka auf. Der Alkohol bindet das Aroma. Ganz vorsichtig mischen. Dazu kommen dünn geschnittene Limonenscheiben für einen fruchtigen Geschmack. Und wieder ganz behutsam mischen. Etwas Eis dazu. Hier in Goa ist es schließlich auch abends ziemlich warm zu dieser Jahreszeit. Und dann fülle ich mit Zitronenlimonade auf, die dem Ganzen prickelnde Frische verleiht. Und obendrauf noch etwas Farbe. Der Drink ist fertig. Wohl bekommst! Wohl bekommst! Was? Hast du ges María? Vielen Dank.